Moin Leute, Anbieter wie Tibber, Rebot und wie sie alle heißen Locken auf Verivox und ähnlichen Vergleichsplattformen mit solchen Angeboten hier. Dabei handelt es sich um dynamische Stromtarife, also Stromtarife, die sich stündlich ändern und quasi mit dem Börsenstrompreis mitgehen. Man hätte jetzt hier also die Möglichkeit, einige seiner Stromverbraucher erst dann anzuwerfen, wenn es günstig ist, oder sogar seinen PV-Akku günstig zu laden, wenn der Strompreis günstig ist und zu entladen, wenn er wieder teuer ist. Also quasi den Strom günstig einkaufen und später nutzen, wenn er teuer ist. Klingt ja erstmal ziemlich sinnvoll, aber kann man jetzt im Vergleich zu einem festen Stromtarif wirklich was damit sparen? Ich habe dazu mehrere Codes geschrieben und das alles simuliert und das mathematische Maximum an Ersparnis ausgewertet und kann euch jetzt auf verschiedene Szenarien tatsächlich eine echte Antwort geben. Also zum Beispiel normale Haushalten, Haushalt mit E-Auto und so weiter. Also los geht's. Ja, das ist der perfekte Zeitpunkt, um den Sponsor des heutigen Videos aufmerksam zu machen. Und zwar ist das HelloFresh und ich finde, das ist ein verdammt geiler Service. Warum? Naja, die typischen Probleme eines Nerds, zum Beispiel, wenn man sich in den Kopf gesetzt hat, 2000 gebrauchte Lithiumzellen zu testen und daraus einen Akku zu löten. Wer kennt das nicht? Ne, Scherz natürlich. Was ich meine ist, man hat wenig Zeit quasi. Sei es die 2000 Zellen, Kids oder einfach viel Arbeit. Davon dürften viele von euch ein Lied singen können. Und zum Kochen und Einkaufen bleibt da einfach wenig Zeit. Und mit HelloFresh kann man das echt ziemlich gut lösen und zwar funktioniert das Ganze so. Ihr meldet euch einfach an und wählt dann erstmal, was für Rezepte ihr mögt oder was für Ernährungspräferenzen ihr so habt. Für wie viele Leute, wie viele Mahlzeiten es in der Woche dann sein sollen. Danach könnt ihr dann aus über 40 verschiedenen Rezepten, die wöchentlich sogar wechseln, auswählen, was ihr essen möchtet. Und schwupps bekommt ihr diese Woche dann eine Box mit Anleitungen und Zutaten für die Woche. Das spart mega Zeit und du musst auch nicht groß planen und man kocht frisch und selbst. Und das finde ich halt so wichtig, dass man selber kochen kann. Also irgendwie Fertigzeug finden wir zum Beispiel nicht so geil. Mit dem Code hier erhältst du bis zu 120 Euro Rabatt in Deutschland plus ein Jahr lang Gratis-Dessert zu jeder Bestellung. Also kannst du es einfach mal ausprobieren und wenn es dir nicht gefällt, kannst du die Lieferung jederzeit pausieren oder sogar gänzlich beenden. Okay, alles klar. So jetzt zerhacken wir wieder weiter die dynamischen Strompreise. Ja, fangen wir direkt an mit einem vierköpfigen Haushalt und schauen uns zuerst mal den Monat Juli an. Also das ganze Jahr kommt gleich noch, aber für Juli haben wir jetzt den aktuellen Strompreis, also einen Fixpreis. Und man kann auch besser Details erkennen, seht ihr aber gleich. Bei uns liegt der günstigste fixe Strompreis aktuell bei circa 28 Cent pro Kilowattstunde und 14 Euro den Monat an Grundpreis. So und jetzt sehen wir uns mal an, was passiert wäre, wenn der Monat jetzt einfach ohne irgendetwas an unseren Verbrauchern oder so zu ändern gelaufen wäre mit einem dynamischen Stromtarif und vergleichen das jetzt mal miteinander. So auf der Y-Achse oben seht ihr jetzt die Last pro Stunde in Watt, also einfach das, was quasi jetzt aktuell dann geleistet werden musste. Und auf der Y-Achse unten seht ihr den Strompreis in Euro und die X-Achse ist dann die jeweilige Stunde im Monat Juli. Also es sind natürlich viele Stunden in so einem Monat, deswegen sind es jetzt hier eine ganze Menge. Und das ist auch der Grund, warum wir das mit dem Jahr erst gleich machen, weil bei einem Jahr sieht man dann einfach gar nichts mehr. Dafür sind es dann zu viele Stunden. Also wir haben in diesem Monat einen Verbrauch von 293 Kilowattstunden und hätten bei einem dynamischen Tarif dann so 98,90 Euro bezahlt. Und mit einem Fixpreis, also einfach einem Tarif, der halt einen konstanten Strompreis hat, lägen wir bei 96 Euro. Also damit wären wir jetzt tatsächlich sogar ein bisschen günstiger gewesen. Unterm Strich ist der Unterschied jetzt aber hier würde ich sagen vernachlässigbar. Es geht jetzt hier um 2 bis 3 Euro, das ist jetzt bei der Summe relativ wurscht. Was man aber bedenken muss immer ist natürlich, dass man mit einem dynamischen Tarif sich auch ein gewisses Risiko reinholt. Denn so Strompreise können auch mal unverhofft nach oben tanzen und dann kann es je nachdem sehr unangenehm werden. Da kann man je nachdem mit einem fixen Tarif auch etwas sicherer unterwegs sein. Aber gucken wir uns jetzt erstmal die anderen Szenarien an, denn es gibt jetzt hier noch ein paar, wo das vielleicht auch Sinn machen kann. Achja, wir bringen bald noch ein Video über die Probleme mit den lokalen Stromnetzen, also quasi erneuerbare und lokale Stromnetze. Das ist so eine unserer aufwendigsten Recherchen bisher, also abonnieren nicht vergessen, um das nicht zu verpassen. So, okay, aber was ist jetzt, wenn der Haushalt quasi mal richtig, richtig krass aufpasst und 20% seiner Verbraucher immer in Bereiche niedriger Preise verschiebt und das jetzt wirklich mathematisch perfekt. Ja, also es ist jetzt das mathematische Maximum an Ersparnis, wenn ich 20% meiner Haushaltsverbraucher einfach mal perfekt verschiebe. Und das habe ich jetzt ausgerechnet und ich erspare euch jetzt die Erklärung, wie ich es gemacht habe und zeige euch einfach mal das Ergebnis. So, ihr seht jetzt hier die orangene Kurve, das ist quasi die optimierte Kurve, also wo er die Lasten verschoben hat in Preise günstiger Regionen. Und dann seht ihr die blaue Kurve, das war quasi einfach, wenn man nichts machen würde, also ganz normal. So, und wie gesagt, er darf maximal 20% der Lasten verschieben, denn mehr halte ich für nicht realistisch und man kann nicht alles verschieben. So ein paar Sachen wie den Kühlschrank, den Router oder so, so gewisse Sachen sind einfach gar nicht verschiebbar. Aber deswegen hatte ich jetzt gesagt, wir nehmen mal 20%, das scheint mir halbwegs realistisch, also auch aus eigener Erfahrung. Okay, wir haben jetzt hier einen Verbrauch von 293 Kilowattstunden, also genauso wie eben. So, wenn wir jetzt unsere Lasten verschieben, dann sind wir hier bei einem Strompreis von 81,70 Euro plus die 14 Euro Grundgebühr. Und dann kommen wir auf 95,70 Euro. So, mit dem Fixpreis, der jetzt 28 Cent pro Kilowattstunde und auch die 14 Euro hatte, wären wir bei 96 Euro. So, das heißt, im Vergleich zu dem Fixpreis landen wir jetzt gerade mal 30 Cent günstiger. Das ist eher ernüchternd. Okay, aber jetzt gucken wir es uns nochmal so ganz extrem an. Also der Haushalt kann jetzt einfach mal 100% seiner Lasten verschieben, wie er will. Ja, das ist total unrealistisch. Das ist aber trotzdem interessant, einfach mal zu checken, was theoretisch eigentlich so gehen würde. Also nur in so einem normalen Haushalt. Wie gesagt, wir gucken uns gleich nochmal andere Fälle an, wo das auch besser funktioniert. So, und ihr seht jetzt hier, dass die optimierten Lasten teilweise auf Null gezogen werden, und dann in Regionen günstigerer Preise geschoben werden. Also das ist jetzt natürlich realistisch nicht zu bewerkstelligen, wie ich schon gesagt habe, da man immer gewisse Lasten hat, wie Kühlschrank, Router und so weiter. Aber sei es drum, was würde denn in so einem Extremfall jetzt passieren? Genau, wir haben immer noch einen Verbrauch von 293 Kilowattstunden. Und wenn wir jetzt wirklich unsere Lasten beliebig verschieben, kämen wir auf einen Strompreis von 72,82 Euro. Und plus die 14 Euro Grundgebühr sind wir dann bei 86,82 Euro. Mit dem Fixpreis wären wir immer noch bei 96 Euro insgesamt. Also hätten wir jetzt hier tatsächlich mal 9 Euro gespart, also so rund 10 Prozent. Und das ist jetzt aber auch wieder ernüchternd, denn realistisch ist, wie gesagt, dieser Fall nicht zu schaffen. Trotzdem interessant mal zu sehen, was so maximal gehen würde. So, und wie sieht es jetzt mit dem ganzen Jahr aus? Es darf vielleicht irgendwie mehr zu holen. Ziehen wir uns das mal alles für das ganze Jahr 2023 rein, beim Winter und so weiter. Mag das alles ein bisschen anders aussehen. Okay, was ihr jetzt hier seht, das erste ist, es ist unübersichtlicher. Und das ist das, was ich eben meinte, bei dem einzelnen Monat erkennt man ein bisschen mehr. Hat aber noch einen anderen Grund, seht ihr gleich. Okay, wo landen wir hier? Also beim dynamischen Stromtarif ohne irgendwelche Lastverschiebungen. Da würden wir dann quasi bei 1292 Euro landen. Und wenn man dann 20 Prozent seiner Lasten perfekt verschiebt, dann landet man bei einer Ersparnis von circa 30 Euro. So, und wenn wir das jetzt mal in Strompreis umrechnen würden für das gesamte Jahr, dann wäre das eine ein Strompreis von 32 Cent und das andere ein Strompreis von 31 Cent. Also durch die Lastverschiebungen, die ich da gemacht habe, hätte ich jetzt hier quasi über das Jahr gesehen 1 Cent beim Strompreis gespart. Das ist jetzt auch nicht so schrecklich viel. So, der Vergleich zu einem festen Tarif, so wie wir es eben gemacht haben für den Monat Juli, ist jetzt hier schwierig. Denn da kommt es jetzt natürlich darauf an, wann du den abgeschlossen hast, also den Vertrag. Hätte ich das jetzt hier am Anfang des Jahres gemacht, hätte sich das durchaus lohnen können. Aber nicht vergessen, das Ganze kann auch umgekehrt laufen. Also wenn der Strompreis schlagartig ansteigt, seid ihr mit einem festen Tarif natürlich viel sicherer. Das darf man nicht vergessen. Also man kauft sich hier auch ein gewisses Risiko. So, und wie sieht das Ganze jetzt aber mit einem E-Auto aus? Denn das ist ja jetzt wirklich ein gut regelbarer Verbraucher. Und das könnte ja einiges ändern, weil es auch ein großer Verbraucher ist. Und das tut es auch. Schauen wir uns das mal an. So, nehmen wir mal an, in dem Haushalt von eben kommt jetzt noch ein E-Auto dazu, welches ich fünfmal pro Monat lade und welches ich mit 9 kW über fünf Stunden lade. Also irgendwas muss ich ja jetzt hier annehmen. Ich denke, das sind so relativ realistische Werte, würde ich sagen. So, und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert, wenn das Auto immer so um 17 Uhr geladen wird. Also quasi nach der Arbeit. Ich komme nach Hause, stecke das Ding ein und will damit nichts mehr zu tun haben. Und einmal, wenn mein Algorithmus das Laden während des Tages beliebig verschieben darf. Und das jetzt wieder für den Monat Juli 2024. Das ganze Jahr gucken wir uns dann gleich an. Also erst mal den Monat, weil das ist sehr interessant. So, und das Ergebnis seht ihr hier. Die blaue Kurve ist jetzt der Lastverlauf. Also wenn das Auto immer um 17 Uhr geladen werden würde und die Haushaltslasten nicht optimiert werden. Also das heißt, wir machen einfach alles so wie immer. So, und in orange seht ihr jetzt die optimierten Lasten. Also der Algorithmus hat jetzt hier 20 Prozent der Haushaltslasten in günstigere Bereiche verschoben. Und gleichzeitig aber auch das E-Auto immer um einige Stunden in günstigere Bereiche geschoben, also geladen. Das sollte natürlich jetzt hier einiges bringen. So, was kommt da jetzt raus? Also der dynamische Tarif, ohne dass man etwas ändert, ist hier jetzt wieder etwas teurer als der günstigste Fixpreis in diesem Monat. Also wenn der Algorithmus das E-Auto und die Haushaltslasten jetzt etwas anpasst, liegen wir jetzt hier auf einmal bei 167 Euro. So, und das ist jetzt zu den ungefähr 190 von eben tatsächlich mal eine ganz gute Ersparnis. Bitte bedenkt immer, ihr müsst ja nichts weiter tun, als euer E-Auto zu günstigeren Strompreisen laden. Also einfach nur zeitlich ein bisschen abstimmen. Und das lässt sich ja auch ausgezeichnet automatisiert. So, und jetzt schauen wir das Ganze mal für das gesamte Jahr 2023 an. So, und ihr seht jetzt hier dynamisch ohne Optimierung, also ohne dass wir irgendwas geändert hätten, da lägen wir dann bei 2.562 Euro für das ganze Jahr. Und das entspricht so einem Strompreis von 33,5 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn wir dann so ein paar Lasten und das E-Auto, wie gesagt, ein bisschen schlauer laden oder eigentlich ziemlich schlau, dann liegen wir hier bei 30,2 Cent Strompreis. Und das sind dann insgesamt 2.314 Euro. So, und das ist schon gar nicht so übel, das sind immerhin mal gute 250 Euro im Jahr gespart. Und das mit nur ein bisschen Verschiebung der Lasten. Die Grundgebühren habe ich mir jetzt hier mal gespart, da das nichts verändert, weil die ja bei allen Tarifen gleich sind. So, wie auch eben ist es halt schwer, das jetzt mit einem fixen Stromtarif zu vergleichen, da ich ja jetzt einen Punkt festlegen müsste, wann der abgeschlossen wurde und auch für wie lange. Und das ist ja wirklich beliebig. Ihr könnt euch ja die Daten aber natürlich jetzt hier selber auch einfach mal ausrechnen. Also ihr kennt ja die, vielleicht noch euren Strompreisen, könnt ihr es einfach mal gegenrechnen. Ja, mich fragen immer wahnsinnig viele Leute, kann ich meinen PV-Akku nicht eigentlich irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel hier bei 20 Cent günstig laden und dann später nutzen, wenn es teuer ist, also zum Beispiel dann, wenn es das Doppelte kostet. Klar geht das, aber da müsst ihr drei Punkte bei beachten und die sind halt tatsächlich sehr wichtig. Der erste Punkt sind Akkuverluste. So ein Akku macht beim Laden und beim Entladen, sagen wir mal so ganz grob, 20 Prozent Verluste. Das ist mal so eine Hausnummer. Die sind also einfach mal weg, also die verliert ihr quasi. Im Umkehrschluss heißt das, dass ihr mindestens diese 20 Prozent an Preisdifferenz haben müsst, damit es sich überhaupt lohnt. Also wenn ihr jetzt einen Strompreis von 20 Cent habt, dann sollte der Strompreis dann mindestens 24, also später mindestens 24 Cent betragen, damit ihr überhaupt die Verluste wieder reinbekommen habt. Am besten deutlich mehr, damit ihr überhaupt Gewinn macht. Der zweite Punkt ist der Zeitpunkt des Entladens. Naja, ihr müsst natürlich den günstigen Strom, den ihr jetzt gespeichert habt in euren Akku, aber auch innerhalb einer teuren Zeit überhaupt loswerden, sonst bringt euch das natürlich nichts. Das muss natürlich gut geplant sein. Also wie viel Kilowattstunden lädt man dann eigentlich rein und wie viel kriege ich später dann zu der teuren Zeit überhaupt verbraucht? Also man kann ja nicht, ihr müsst es ja quasi wissen, was ihr dann verbraucht. Das macht es ein bisschen schwer. Und ihr habt ja vielleicht sogar zusätzlich noch günstigen PV-Strom im Akku und so weiter und ihr merkt schon, dann wird es relativ kompliziert. Also da an der Stelle braucht man jetzt eigentlich schon ein automatisches Tool, so wie ich das entwickle, dieses Energieoptimierungssystem, dass das wirklich automatisch ausrechnet, selber regelt und so weiter. Dann kann man das ganz gut machen tatsächlich. Dann ist das auch sinnvoll. So, der Akkuverschleiß ist der dritte Punkt. Also wenn man jetzt noch einen Akkuverschleiß mit einbezieht, was schwer ist, da man ja zum Beispiel auch gar keine Vollzyklen hat, sondern meistens immer nur so Teilzyklen, dann liegt ihr natürlich nochmals höher. Das heißt, ihr habt natürlich für jedes Mal, dass ihr den Akku gebraucht, auch so ein bisschen Verschleiß des Akkus und das kostet ja. So, jetzt muss man aber hier wirklich aufpassen. Den Akkuverschleiß, das ist wirklich Kaffeesatzleserei. Also was anderes kann man es echt nicht mehr nennen. Das kann nämlich durchaus sein, dass ein niedrig belasteter Lithium-Eisenphosphat-Akku, so was wie die meisten PV-Akkus eigentlich sind, ihr Zyklenende, also das heißt einfach nur durchs Laden und Entladen, dass sie das niemals erleben. Hier ist es durchaus denkbar, dass die sogenannte kalendarische Alterung vorher zuschlägt. Also einfach, dass es ein Datum ist, an dem irgendein Material von dem Akku einfach dann aufgibt. So, und das ist dann mehr oder weniger fix. Das heißt, es ist vielleicht da relativ egal, wie stark ihr den überhaupt belastet. So, und in diesem Fall, wenn das jetzt so wäre, dann wäre es finanziell sogar sinnvoller, den Akku während seiner Lebenszeit mehr zu nutzen. Das heißt, das optimale Ergebnis habt ihr ja ungefähr dann, wenn die kalendarische Lebensdauer und die Zyklen Lebensdauer auf denselben Zeitpunkt fallen, dann habt ihr eure Investition, den Akku also maximal gut ausgenutzt. So, und das ist jetzt wie gesagt alles total Kaffeesatzleserei. Deswegen würde ich einfach sagen, man kann dazu nichts sagen. Ich würde es einfach rauslassen, ehrlich gesagt. Okay, Quintessenz des Ganzen. Es macht Sinn, aber praktisch nur mit einem guten Optimierungssystem, wie ich es halt nutze. Also eine Planung des gesamten Endladens des E-Autos, in der tausend Prognosen, die man da drin hat, und dann wirklich eine echte mathematische Optimierung, dann kann das Sinn machen und dann ist es auch sinnvoll. Ja, als normaler Haushalt, ohne größere, gut steuerbare Verbraucher, wie einem E-Auto zum Beispiel, macht es in meinen Augen keinen Sinn und ich würde euch sogar davon abraten, da ihr nämlich euch sonst einfach das Risiko von plötzlichen Preisschwankungen reinholt und die können dann natürlich durchaus was ausmachen und einen normalen Haushalt auch in finanzielle Probleme bringen. Also denkt einfach mal zum Beispiel an diese extremen Strompreise während der Ukraine-Krise. Okay, wenn ihr aber jetzt, wie ich zum Beispiel, ein sehr allgemeines, vollautomatisches Optimierungssystem habt, was wirklich alles berechnet, prognostiziert und dann komplett steuert und in der Form, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es auch kommerziell noch nicht gesehen, also nicht in der Komplexität zumindest und schon gar nicht kostenfrei, also das ist ja auch nochmal so ein Punkt, dann macht es eigentlich nur Sinn, wenn ihr ein E-Auto habt, denn das Laden lässt sich dann tatsächlich manuell doch relativ gut steuern und dann kann man damit auch durchaus einiges sparen. Also ich würde sagen, in dem Fall macht es wirklich Sinn, wenn man so einen großen, starken Verbraucher hat, den ich gut regeln kann, wo ich sagen kann, lad das E-Auto bitte dann nachts oder so und dann kann man tatsächlich auch einiges damit sparen. Also dann kann das durchaus Sinn machen. Kleiner Reminder, bitte Abo und Like nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat und auch nicht den Rabattcode für HelloFresh. Es ist immerhin ein Jahr lang gratis Dessert, also das ist schon ziemlich geil, finde ich. Also vergesst es nicht, wenn es euch gefällt und bis dahin macht es gut. Ciao. 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 Ciao.